Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagen heizt und beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 28 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 520 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017